Sieh irgendwann so... Hat der jemand sein Tier bei sich? Ja! Ja, Dorian, du bist ja auch ein Tier. Stimmt. Na, wobei, du bist der Nekomenza, also. Ja. Die Map schon wieder? Ich bin ein Bär! Ich liebe diese Map! Bär! Ich nicht. Ich seh sie noch nicht. Ich möchte diese Shotgun auf mich selbst richten. Ich hab mir das Gefühl, ich bin auf der falschen Ebene hier. Oder soll man so kleinen gelten? Glaub ich schon. Ich mag Clock Town. Wer ist denn Dete? Ich. Ja. Sag mal, das ist ja genauso schlimm, wie wenn ich immer Traitor bin. Ja, echt mal. Und da ist Dorian an der Nekomenza, da noch schnell rumstand. Ja, ich hab da Musik angemacht. Es ist mir lieber, wenn Robin Detective ist, als Dorian. Dorian macht nämlich nur Scheiße. Hallo Robin. Hallo Robin. Hey, ich kann ja versuchen nicht nur Scheiß zu machen, weil ich bin der Arsch langweckt. Hallo Robin. Danke. Oh. Wo ist denn so viel? Jetzt auf irgendwas. Oh, Nils. Leisten wir uns gerade ein Rennen im Ping? Ha! Überholt. Ähm. Na, passt schon. Ja. Ja. Das ist da oben. Das ist ein... Putzko, okay. Was ist denn das? Wow. Weg, weg, weg. Autsch. Ja, einfach weg. Ja, einfach weg. Ja, einfach weg. Ja. Ja, super. Mit 51 Hitpoints noch. Was war das? Ja, war das gerade? Da war gerade noch jemand. Na, schau. Boah, hier mal mit 10. Nein. Und da kommt Putzko. Hi, ich möchte da nur lang, danke. Ich möchte mich hier nur in Sicherheit stellen. Okay. Trau' dem bloß nicht. Also ist ja ungewöhnlich in der Runde. Und da hinten haben wir Dorion und... Hi. Ich hab in Ruhe eine geraucht und bin ich erschrocken. Ich spiel jetzt mit meiner Glocke. Hi, Betze. Oh Gott, nicht. Du spielst also wieder mit Glocken rum? Ja, mit meiner eigenen Glocke. Nicht mit Wummeln. Okay, ich weiß, wo ich gerade hingehe, da geh ich nicht dahin. Ich will mich das nicht mit ansehen. Ich mag diese Dialoge. Und da kommt Nils. Helge? Ja, hi. Okay. Oh, hier ist Blut. Und hier ist ne Leiche. Betze wird weggesniped. Und Swera schießt auf mich. Okay. Lurian schießt auf mich. Betze wird weggesniped? Betze wird weggesniped. Ich hab leider nur ne Schockgarn, also... Ah, fuck it! Ich hab dich 30 mal mit der Pistole... Ich hab auch nicht was dafür lebe, ich bin ehrlich. Ich will nur dich schützen, weil ich glaube, dass es Helge ist. Ah, natürlich. Ich trage Helge auch nicht ganz. Ich bin ja nicht. Beim nächsten Schuss bin ich tot, also... Ja, deshalb will ich ja auch bei dir bleiben. Das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass... Dann erschieß mich! Komm, ich guck sogar nicht. Nein, nein, nein! Ich weiß, dass ich eigentlich... Robin? Robin, könntest du mir einen Gefallen tun? Robin, könntest du mir einen Gefallen tun? Was? Kannst du Helge mit der Golden Gun erschießen? Äh... Golden Gun? Die Golden Gun ist ein Detektiv-Item. Wenn Helge Traitor ist, stirbt er instant. Wenn Helge Inno ist, stirbst du. Oh, toll! Es sind alle hier, also... Oi! Keine Muni mehr. Ja, ich hab ein Problem. Fuck. Nice! Ja, ich hab nur noch 6 Health. Ja... Warte, war das das Baby? Nein, das war der Boomerang. Oh. Ich hab dich schön miterwischt. Diese Spiele rein. Was haben die jetzt versucht? Was haben die jetzt versucht? Das waren sehr präziertes Headshots. Boah, ich glaub, hier geh ich gar nicht erst weg. Ich hab ja einfach mal einen Riesenkopf hier. Ich bin ne Wasser. Ohhhh! Hä, lol! Hä? Dann bin ich jetzt langweilig. Kommst du hier überhaupt gar nicht hin eigentlich, oder was? Ach, wie lustig. Ich bleib hier. Wo bist du? Äh, ich bin bei der großen Glocke. Oben drauf. What? Was? Ja, komm mal. Komm rein. Du warst hoch. Ich bin da oben gespawnt. Das ist ein bisschen Map erkunden. Moment, was für ne Glocke? Was für ne große Glocke? Äh, gut. Ich kann's nicht so genau beschreiben, wie man jetzt hier hinkommt. Ach, da bist du. Äh, ja. Da ist Robin. Ich sehe ihn. Hä? Wo? Äh, wenn man von der Hauptplatz aus geht. Ja. Ja. Ach doch, ja. Da kommt man irgendwie hoch. Ich weiß nicht genau wie, aber irgendwie kommt man glaube ich auch hoch. Ich geh nicht hier runter. Und ansonsten ist da oben auch ein Spawnpoint, ja. Putzke, du bist zwar Deter, aber hör auf hinter mir her zu rennen. Was habe ich denn eigentlich deiner Meinung nach gerade eben in der Hand gehabt die ganze Zeit? Ähm, ich habe glaube ich nichts gesehen. Ich habe nicht darauf geachtet. Ah, cool. Und Helge, von hier aus könnte ich dich umlegen, also. Das ist uncool. Ja. Ich fühle mich nicht sicher. Natürlich fühlst du dich da nicht sicher. Dann könnte ich auch sogar hier vom Dach aus... Moment. Ähm, Helge, nicht erschrecken, schieß jetzt in deine Richtung. So, macht nichts. Ich bin schon weg. Ach so, okay. Wobei, David darf mir hinterher laufen. Das ist okay. Ich wollte eigentlich wissen, ob man die Glocke irgendwie zerstören kann. Ja, okay. Mach dich rein. Mach dich rein. Danke. Du kannst auch unten ins Observatorium rein. Du bist so ein Arsch. Ich hasse dich. Entschuldigung. Man hat gerade mit einem Incy auf mich geworfen. Wenn du gerade zum Observatorium willst. Ja, die habe ich geworfen, damit mir jemand folgen kann. Hey. Nur auf nur von nur Schuss. Jaja, der Schuss kam aber auch ordentlich nach. Dorian? Ja. Ach du. Dorian. Ich bring dich um, Alter. Kann man hier hoch? Wenn du die Incy geworfen hast, wenn du runtergegangen bist. Wieso warst du mit raus? Du musst ja ewig vorher runtergegangen sein. Nein. Hallo Betze. Hi. Bin ich drauf hier rum. Ewig begegnen wir uns auf Betze. Ja, das macht mir irgendwie Angst. Solange du nur weitläufst, ist ja auch alles in Ordnung. Oh, jemand ist tot. Gut zu wissen. Und zwar, David. Das war, glaube ich, ein Melon Launcher. Laut der... Oder? Steht da nicht nur Explosionen drüber, Melon Launcher? Ja, ja. Explosionen. Ach, weißt du noch? Ich bin das. Ich hau grad vor Dorian, aber ich trau den Burschen nicht. Wo bist du denn? Dann kann ich dir... Ich bin wieder rausgegangen, weil du plötzlich hinter mir standest. Okay, ich bin jetzt hier in diesem... Turm? Observatorium, ja. Wie kann man da überhaupt noch mal hin? Äh, du musst den Gang am Marktplatz gehen. Oh, Betze. Da. Ey. Da ist Helge. Oh. Geil! Was ist? Ich konnte die Hand schnell aufheben. Helge, komm her. Oh nein, nein. Nein, Nils, wehe. Komm her. Nein, Nils, bitte lass es, ehrlich. Das ist nervig. Dorian, komm du her. Oh, warte. Warte, du kannst es machen. Warte, Helge, warte Helge. Warte, Helge. Ich will noch was ausprobieren. Nein. Da. Nein, das ist nicht der Anstellen. Lass mich in Ruhe. Trotzdem. Hinter uns ist jemand. Hinter uns ist Robin. Du bleibst das Gefängnis stehen. Nein. Alter, Nils. Nils. Wieso geht das nicht? Nils. Hilfe. Ich hatte verfolgt. Aber ich werde geschossen. Ich habe da gerade ein Baby gehört. Wer war das? Wer hat geschossen? Keine Ahnung. Ich bin in der Kanalisation, das war drüber. Aber... Okay, ich sehe eine Leiche. Robin oder Betze ist definitiv ein Traitor. Je nachdem, wer noch lebt von den beiden. Oh! Shit! Oh! 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 Chor! Oh! Das wollte. Oh! Oh! Oh, oh! 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 Aber ich konnte den DNA-Sampler irgendwie nicht einsetzen bei dir, Helge. Hm. Kann sein, dass die Spur schon kalt ist. Da ist jetzt... Oh, nee, der... Nee, DNA-Sampler ist ja, glaube ich, so etwas ähnliches wie ein Radar nur von Personen oder so. Oh, nein. Bringt euch in Sicherheit. Warum ist er... Ist er... Ja, er ist es. Er ist es. Der Berüchtigte. Bringt eure Kinder in Sicherheit. Alter, wie lange ist es jetzt wieder her? Sie Traitor war, merke ich gerade mal. Hilfe, bitte. Ich würde gerne zu meiner Glocke gehen. Du kannst hier nicht vorbei. Ist mir scheißegal, ich bin jetzt an der Stelle, ich will den Degel haben. Ich will den Degel haben. Dorell hat nie eine Porto und keine Porto, denn das ist da los. Ich wollte mal nett sein. Verdammt, er will den Degel sein. Er hat einen Plan, Leute, er hat einen Plan, geht alle mal in Deckung. Was? Das macht mir Angst. Was? Nein. Dorell. Oh Gott, die Mathe hat versucht. Der ist Traitor, David's Traitor. Wurzger! Stirb! Nein, Dorell ist tot. Ja, ich hatte keine Zweitwaffe. Also keine Hauptwaffe. Und, äh... David auch. Oh, ich habe gar nicht einen Teleport aufgehoben. Komm dir. Nein, nein. Willst du ihn haben, Helge? Nee, lass mal. Ja, also ich bin safe, ich habe David getötet. Es ist sogar noch eine Position eingespeichert. Ja. Es ist dann... Normalerweise so. Okay, ich habe einen Boomerang. Cool, hat Putzgelingen den dabei gehabt, oder wie? Ja, der hat daneben geworfen. Deswegen nicht mich... Äh, Betze. Scheine. Wie cool. David, hast du bei mir zugeguckt? Nee, ja, ja, doch gerade. Den Schluss, ja, der war... Alter, wie... Ja, ich will den im Ringal-Stellung präzisieren. Wuuuuh! Das ist geleitet, quick, quick. Helge, du weißt, dass sich schon eine Sammlung lustiger Rack-Dolls in meinem Screenshot ordnet. Ja, und? Kannst du dir einen gönnen, wenn du sowas machst. Alter, was habe ich bitte am Server kaputt gemacht? Warum? Helge... Weil er nie Traitor wird müssen. Ich bin nur noch Inno! Das hatte ich beim letzten Mal auch. Ich weiß nicht, der Server hat teilweise selbe Zeit. Ja, aber nicht, 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 nicht mal Deto oder so, sondern immer nur ein Scheiß-Inno. Wie gesagt, das hatte ich das eine Mal auch in Einstein-Trader, aber hat Putzgelingen... Ah, äh... Wette... Ja... Inzies, Mann. Was willst du? Muss da lang. Also, was ist da... Die Golden Gun, doch. Die Golden Gun ist ein Instant-Kill. Wenn du einen Traitor damit erschießt, ist der Traitor halt instant tot. Wenn du einen Inno damit erschießt, stirbst du selber. Okay, also muss ich sicher sein. Relativ. Ich habe damit auch schon... Genau. Also, noch drei Leute am Leben, und da habe ich damit zum Beispiel einfach mal drauf geschossen. Okay. Ich sage ganz ehrlich, dass du gestorben. Ich höre Schiffe. Oh, danke schön. Gern geschehen. Erschreckt mich so. Ich will nur die Waffe da haben. Geht weg. Hier ist Knut. Helge war doch vorhin hurt. Ja, Helge ist halt. Können die Traitor sich mal schnell umbringen? Wenn das bei der ein Rutsche ist, dann war das deswegen, weil... Äh, ich da... Von der Brandstern hatte ich... Unser Hinter... Ich bin angesnipet, Dorian. Dorian. Dorian hat mich angesnipet. Dorian snipe mich an. Wo ist er? Komm. Ich schieße drauf. Wo ist er denn? Dorian ist tot. Oh, dich an Metal-Monster. Sie sind scheiß Legs einfach. Aber die haben sich jetzt bei mir wiedergelegt. Vielleicht nicht die Station für mich. Die haben sich bei mir jetzt wiedergelegt. David. David. Wo bist du? Wo ist Betze eigentlich? Ich? Er ist ja gerade. Er ist ja. Ich schau mal, sonst wird's ja auf einer Mitte an der Heal Station. What? Achso. Nice. Ich will das Gefühl, ich bin alleine. Mit Traitern. Nee, ich bin auch noch da. Ach, Quatsch. Er leidet mich alleine. Zeig, er ist ja unter Traitern. Allein unter Traitern. Hallo? Es gibt nur noch einen Traitor. Der andere wurde eben confirmed, dass er gestorben ist. Ja, aber guck. Drück mal Tab. Dorian lebt wieder. Nein? Keiner hat ihn confirmed? Dann würde das aber nicht rot aufleuchten. Dorian. Frage, Putzke. Wie kann man das nochmal abbrechen? Hm? Rechte Maustaste spammen. Ah, okay. Haha. David, David. Ja, bitte. David ist quasi schon seit 5 Minuten konform Traitor. Ja, wenn man nur noch so drückt drauf ist. Entschuldigung, ich habe gegessen, aber ich habe nicht so aufgepasst. Hallo. Oh. Das geht jetzt so genau. Nice. Oh. Okay. Ach ja. Das mag ich teilweise wirklich. Äh, der Dringer. Der ist halt einfach schön. Ja, mit dem hatte ich in dem Moment, wenn er nicht gerechnet ist. Wie der Detektiv ist. Läuft bei dir, Robin, ehrlich. Äh, Robin ist Dauer-Detektiv. Ja, ne? Echt so, was? Cheatet der? Weißt du, mir wird dem Letzter unterstellt, von wegen, dass ich hacken würde, aber er? Naja, dann ist es halt so. Helge, komm schon. Hallo, das war einmal. Achso. Also ich glaube, David hinterher. Wenn ich irgendwann nichts mehr sage, dann ist es David gewesen. David hat in den Boden geschossen. Ich sehe Robin und... Hallo, David. Hallo, David. Hallo, David. Hallo, David. Hallo, David. Hi, David. Helge, 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 Helge. Pass auf, du rennst gleich in Feuer. So, weil Helge hat mich gerade angeschlossen. Nein, das war das Feuer, du kannst nicht mal. Das Feuer hat dich angeschlossen, Robin. Oh, du bist schon wieder, Detective. Hab ich gedacht, du bist schon wieder. Oh, sorry, sorry. Wollt nur die Waffe wechseln. Ah, du wolltest Baby auswählen, ja, ist mir klar. Nee, wollte auch das M16 wechseln, hab aber zwischendurch langsam gedrückt. Halt's auf. Jetzt verfolgst du mich, ne? Nein, bin ich hinter dir. Ich verfolge niemanden. Halt, Bette. Dorian? Ah, Alter, wir sind zu viele Leute. Wir sind, wir sind beim Mittelsen zu viert, das ist uncool, ich gehe. Und denn einer von euch müsste ich weiter sein. Jetzt ne Gihad-Bombe. Nee, wir waren zu weit auseinander dafür, dass sie effektiv geworden wären. Au. Oh, wer will schon hier die ganze Zeit inziehen? Oh, Bette. Hi, Dorian. Hi, Dorian. Geh weg. Bette, Bette. Bette, Bette. Bette, Bette. Bette, Bette. Rate doch mal. Oi. Wir hatten mich doch jetzt doch... Oh, fuck. Alter, hör auf mit der Scheiße, sonst schütte ich dich gleich wirklich. Was denn? Spiels? Was? Nee. Äh, okay, nirgends. Nein. Ah, ich fass ihn. Was zum Frick? Ich halte drei Stunden drauf und nichts passiert. Naja, ich habe einen AP. Really now? Scheiße. Scheiße. Ja. Ich habe einen Boomerang daneben geworfen. Ja, ich auch. Ja, das hast du sehr gut gemacht. Aber es war relativ professionell. Wie irgendjemand da oben erschossen wurde. Ich weiß nicht, wie erschossen wurde und du dich einfach wieder umgedreht hast und zu mir zurückgegangen bist. Das hat mich sehr verdächtig gemacht. Ich habe Robin sehr professionell weggesnackt. Haben alle da unten gespart? Ich habe ja Helge ist Traitor. Ich habe es gerade geschafft, Robin schön wegzusnacken und seine Leiche zu verstecken. Ja. Hey, ich bin Traitec. Mann. Hilfe. Ah, Hilfe. Ah, Hilfe. Da, geht's. Ja, geh weg von mir. Oh, putz wir. David ist Traitec. Dem laufe ich hinterher. Oh, Gott. Und der hinten ist Dogeon. Hi, Robin. War eigentlich schon irgendjemand außer David und Robin heute Detective? Ja, danke. Ja, ich weiß schon mal, Dieter. Ich brauche aber Detective. Vergiss es. Jeder, der mit dem Helm ist, ist Handcafé. Egal, dann bleibe ich wenigstens in deiner Nähe. Oh, danke. Jetzt sind nur mal eine Wachmärkte, soll ich mir eine neue Waffe? Ah, da oben ist eine Wache. Ja, hier oben ist eine Wache. Ich stehe nicht auf Karom, ich warte. Hallo, Betze. Ich sehe hier überhaupt nicht mehr. Ach, doch, da ist jemand. Tschüss. Ein Putzke. Ah, da brennt's. Ah, was? Ah, hallo. Darf ich da lang gehen? Danke. Nein. Büsche kann man nicht zerstellen, oder? Ich bin's nicht so sicher, dass du mir hinterherläufst. Nö, ich glaub dir nicht hinterher. Hey, girl, und Betze. Bittesch! Komm her, komm. Oh, das ist das Putze. Danke, wo sind meine Waffen? Weg, weg. Ja, die sind weg. Ah, Leute. Dankeschön. Ich mag den. Die Handkampf sind lustig, oder? Ja, aber sie sind doch ein bisschen am nerven, wenn man damit am troll ist. Oh nein, für dich. Ja, pff. Nö. Das ist scheiße. Das ist ja einfach. Wenn man damit einfach grundsichtliche Leute endkafft, das ist nervig. Das ist richtig nervig. Für den Detective gar nicht mal so blöd, weil du damit die Traitor die ganze erstellen kannst. Hey, Betze, geh weg, Betze. Boah, Dorian. Lass mich bitte in Ruhe, David. Jetzt danke. Wer ist denn jetzt noch, äh, den hab ich denn jetzt noch, äh, die Handschellen angelegt? Dorian. Was? Nee, mir nicht. Du hast ja noch abgenommen. Oh, hier ist jemand tot. Oh, Nils wurde mit dem Sniper geheadshotted. Hier ist noch wer tot. Ich werde angesnipet, Dorian. Dorian ist es sicher, dass du dein Leben bist. Was, wo bist du hin? Du bist gerade random verschwunden. Tja, ich hab Neleporter benutzt, weil ich nämlich dein Fellow-Traitor bin. Ja, genau. Ja, natürlich. Ey, Hegel. Sorry, 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 sorry. Ja, ich dachte, du gehst Dorian. Ich bin, ich bin gerade ein bisschen aufgewühlt. Aufgewühlt? Ja, ich bin fast tot, Mann. Kommst dir die Wechseljahre? Musst du Nils tot mit ansehen. Ich werde sowas von sterben. Ich weiß nicht, wo es ist. Turret, 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 ich höre Turret. Du, Ren, ich hasse dich. Richtig auch. Okay, ich glaube, Robin ist der Fiddle-Traitor, oder? Nee. Nee, doch nicht. Scheiße. Ich bin gerade in den Katakomben hier rumwarten. Ich bin mir das alles ansehen. Ja, fuck it. Alter, wie du geflogen bist, Mann. Ja, geil. Ich liebe den Boomerang. Vielen Dank.